Hi meine Lieben, es ist jetzt gerade mal 20 vor 9. Im Moment ist noch schön frisch draußen, aber es ändert sich nachher. Ashs Pools. Willst du jetzt schon mal reinspringen? Ist noch kalt. Dann decken wir erstmal den Tisch, würde ich mal sagen. Du deckst den Tisch, ich hole schon mal Papa und ich. Schon geht es auch Quark wieder, ne? Nee, eigentlich dachte ich, wir könnten mal frische Brötchen essen. Frische? Wollt ihr nicht Brötchen kaufen? Dann gehen wir los, oder? Wir holen Brötchen. Und ihr Lieben, gestern Abend habe ich die Terrasse geschrubbt, ihr glaubt das gar nicht. Das war so anstrengend und teilweise ist sie immer noch fleckig von dieser Maisstärke. Ich zeige euch mal ganz kurz. Wenn ihr das sehen könnt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich sehe das. So, jetzt gehe ich einmal ganz kurz zum Mülleimer. Und dann auf dem Weg dahin wollte ich euch nochmal zeigen, was ich jetzt vorgestern gemacht habe. Und zwar dieses hier. Finde sich ganz nett aus. So sieht es noch ein bisschen von Weitem aus. Ich hatte jetzt da hinten, also hier in dem Topf, mal eine Tanne gehabt. Aber die ist so eingetrocknet, die werde ich dann entsorgen. Na, endlich. Die Sonne bleibt mir, das wird langsam warm. So, wir sind hier jetzt unterwegs mit Ash. Und Max ist noch nicht da, der kommt heute um 10, hat über Christi geschlafen. Ja, und wir haben langsam schon richtig Hunger und es wird langsam auch wieder mal warm. Also dieses Jahr ist der Sommer echt der Knaller. So, wir sind hier gerade noch einmal ganz kurz beim Einkaufen. Ich habe natürlich jeder was gefunden. Einmal die Blume für 3,90 Euro und einmal die Blumenerde und eine Wassermelone schon mal. Und dann gucken wir nochmal, was wir hier für Frühstück befinden. So, hier nehmen wir mal ein paar Pflaumen mit. Ja. Ein paar leckere Brötchen. So, wir sind jetzt zu Hause und keiner hat den Tisch gedeckt. Und Mama geht Brötchen holen und kommt mit einer essbaren Blume zurück. Ja, das ist gerade gespielt. Und auch nochmal, gib mal her, Ess-Erde. Nein, das ist eine Blume. Und wir haben noch Wasser-Eis-Flash mitgenommen für die heißen Tage. Es wird nämlich noch so heiß, über 30 Grad. Wahnsinn. Und Wassermelone haben wir geholt, ich habe es Ihnen gezeigt. Und es sind alle Klimaanlagen ausverkauft, überall. Ja, das stimmt. Es gibt keine mehr. So, hier nimm mal deine Cam-Videos, dann ich mach ein Video, ne? Also wir decken jetzt einmal den Tisch, ne? Ja, wir beide arbeiten, wenn wir dann wieder fertig sind. Papa arbeitet, okay. So, Ash hat schon mal angefangen, den Tisch zu decken. Jetzt nur noch Besteck und Gläser oder Magnesium fehlt noch. Und die sind auch total lecker. Der Tisch ist gedeckt. Wir fangen schon an zu essen. Nur eine fehlt. Ich, äh, Max. Der ist nicht da. Heute um 10 Uhr kommen, es ist jetzt kurz nach 10 Uhr, wir fangen jetzt an. Dann kommt er wahrscheinlich gleich, ne? Guten Appetit. Guckt euch mal an, was das hier leckeres zum Frühstück ist. Hab ich schon gezeigt. Aber ist sauer, sind sauer, oder? Vitamin C. Guten Appetit. Max ist nicht da, der ist immer noch bei Kassi. Sauer, aber lecker. Sauer, aber lecker. Nein, glaube ich nicht. Wir warten ein bisschen, aber wir essen trotzdem schon mal. Und mittlerweile ist es halb elf. Und ich bin da. Da ist er, der Star in der Manege. Ja, juhu. Max ist endlich gekommen. Ash hat sich verkrochen auf die Treppe. Was machst du da oben? Nichts hast du nur Max gehört, ne? Erzähl mal ganz kurz, was du gerade mit meinem Video gemacht hast, was du bearbeitet hast. Hä? Und nicht gespeichert hast. Das warst du gerade weg. Ach so, musst du nochmal machen gleich, ne? Alles weg? Nur ein Teil weg. Oh, oh. Guten Appetit. Guck mal, wir haben für dich was übrig gelassen. Danke, ich nehme das hier. Nein, guten Appetit. Meine Lieben, mittlerweile ist es 9 Uhr. Und wir wollten noch ein bisschen grillen. Und zwar wollen wir dieses Fleisch mal ausprobieren. Was wir heute im türkischen Laden gekauft haben. Das ist einmal Rindfleisch. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kräutekack angerührt. Und dieses Boot hier. Aber auch Salat ist schon draußen. So, ich werde jetzt einmal den Rest hier raustragen. Max ist heute leider nicht dabei. Der ist mein Kussi wieder. Und wir wollen jetzt noch mal was essen. Das ist langsam gut zu ertragen, das hat er hier. Wir haben jetzt einen kleinen Grill hier genommen. Viel praktischer. So, die ersten Stücke Fleisch sind jetzt drauf. Und das sieht toll aus. Guck mal, wie schnell das auch geht, ne? Und schmeckt die? Ja. Rudelduck in Orange. Cool. Ich habe jetzt die Fanta gemischt mit Selda. Und ein paar Eiswürfel haben wir dann auch. Und ich habe hier nur Selda. Oder hast du Selda? Das ist alles Zucker, alles Gift. Gift, ne, meine? Gifty, Gifty. So, langsam Hunger. Und dann fragt man sich hinterher, warum die Kinder so giftig sind. Ja. Und die Frau, ich meine, und das, ähm... So, draußen wird es langsam dunkler. Und wir sitzen hier noch bei unserem Kaminfeuer. Der Grill brennt noch. Esch ist fertig. Hallo, ich bin Esch. Nein, Esch ist fertig. Ich habe auf dem Stuhl gezeigt. Ja, der ist rein. Und das ganze Fleisch ist noch übrig geblieben. Haben wir nicht alles geschafft. Gibt es morgen noch übermorgen noch zum Essen. Ich würde wohl sagen, wir räumen gleich nochmal ab. Legen uns nochmal kurz auf die Liege. Oder... Nee, nee, nee. Gleich setzen wir uns hier in unseren Garten. Und dann gibt es noch ein Glas Wein. Und ein bisschen Schokolade. Ein paar Chips. Ja, hört das schon, ne? Von Adrien so träumt. Würde man sagen, das war's. Die giftigen Sachen gibt es nicht mehr. Das war's mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.